ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde league of legends ich bin ram und heute spiele ich mal wieder eine runde aram und zwar als vain mit dabei sind der leon und die alexa ja und wir unterhalten uns gerade ein wenig über pentakills und ja es würde mich auch sehr interessieren wie viele ihr diese season geschafft habt und vor allem auch mit welchen champs dürft ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben ja und jetzt geht es weiter ja ich habe keine ich habe einen quadra mit darius und quadra mit diana beides mal obwohl ich einfach nur noch den autotag sitzen musste hat mir irgendjemand den geklaut mit der fähigkeit weißt du das problem ist ich hatte mir meistens nur noch halbleiben oder so also unmöglich dass die sich jetzt sterben könnten oh der homie dafür jetzt check das mal und wenn du etwas mit bomben erledigen kannst dann kannst du gar nichts erledigen bomben sind die universelle lösen auf alles merkt ihr das? ja die anilien ist schon fast hier am eilen wir sind hier am eilen ich bin echt gestorben ja ich bin echt gestorben ich bin echt gestorben Spiegel Das war's. Das war's. Ich wollte immer mit meiner Ehe ran, aber bin nicht ganz rangekommen. Hab vorher immer ordentlich kassiert. Als wäre, hat man's heutzutage nicht mehr leicht. Das ist wohl wahr. Hoi. Alles gut. Ich hab von den Davos noch viel. Ich hab einen, dass wir es nicht gestimmt haben. Ich geh, ich geh, ich geh. Ich geh da so knapp weg. Nee. Welche snipet? Wäre auch teilweise echt mal. Ganz nett, wenn wir uns über 200 verbanden, die auf der Treppe lassen gehen. Ich habe gar keine Ahnung, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin schlechend, ich glaube in 6. Ja. Nee, ich bin nicht auf. No. Oho, ne ne, da geht's Hier ist ein Healteil Und der General ist es Hm Ja Wunderbar Egal, Baba Ja, auf jeden Fall Ich hab nur keine Mana mehr, aber ansonsten Dass ich jetzt bald sterbe, war mir klar Wenigstens noch den Koch mal mitnehmen Mist, kein Mana mehr Ah, Obo, wir sind auch ne geile Kombi Wenn du halt mehr oder mit kleiner Ulti triffst Keine Ulti auch garantiert treffen Ich hasse es immer, wenn ich die Sicht verliere durch die Büsche Ja Ah Guck mal, ob ich später auch Na, ich seh's schon eben nicht Ah, guck mal du Ich hab irgendwo da Lust bei dich Guck dir doch ganz schön Guck dir doch ganz schön Ah Wieso hab'n Kill geholt, was willst du? Ah Ich hab'n Maria Das war's für heute. Ja, Nivea macht schon ein guter Match, ne? Ja, Nivea ist gefährlich. Aber ist sie leider immer. Ja. Ist auch ein toller Mage an sich. Auf jeden Fall. Wenn man sie stiehlen kann, absoluter Hypercarry. Nein, das ist so. Oh, Scheißrass. Oh, Scheißrass. Oh, Scheißrass. Ja. Ist der Braum verbraucht? Leber hier oder was? Leber hier auch. Ja. 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 Gibt's ja gar nicht. Ja, guck mal, ist aber auch lucky. Ja. 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 Äh, Daniel. Einfach Razzino-Q. Geh, ne? Muss man ihm schon lassen. Naja gut, der hat's aber auch nicht leicht hier, ne? No! Meine armen Ohren. Kite! Das ist ne Welle, die brauch ich kite. Ich lege der Sniper wieder zu. Ich lege der Sniper. Ich lege der Sniper. Ich lege der Sniper auf. Ich lege der Sniper. Das war's für heute. Alles cool oder was? Ja Amadarius 0-8 Ja Ja Der einzige den er auf uns catchen kann bin halt ich Ja 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 das stimmt schon Wir müssen ja nie gehen Aber den Kogel Ja 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 Nein Terminiert Ja 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 So Leute, alle Gegner rein. Du hast richtig gesehen, wie der Eisschmerz durch die Luft schlägt. Komm, einmal noch da los. Stoß mal. Geh. Ja, war doch ein sehr schöner Sieg. Der Darius konnte leider nicht viel machen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.